ich habe ein ladebildschirm momentan ach du scheiße die kacke wir sind an der drohung gesetzt worden das ist jetzt hier der fall ja es erfahre ich bestimmt auch in der nächsten zeit oder ich weiß es nicht haben chris und ich auch gerätselt jetzt kotzt du ohne du kannst dich nicht beherrschen ich glaube ich ziehe ja ich renne mal hier hoch ich mach mal die schar schützen alle wir sind hier die nächste türen die scharke knüter genauer mache ich auch gerade wir sind schon platt dritte die ohne welche sind wir her in die etage tiefer sein hat was dir was sie im penetrator geholt hier sind wir hier leuchtet blau ach so in seinem keller warte ich auf dich mach du mal den computer da drüben jürgen wir kommen ja noch raus ok wo er die kubel zu tun um achten scheiße also wenn sie im knast sitzt wird die geliebte von unserem sein passt ja optisch dazu und drei tage war er da müsste schon vorher an ich habe mir die olle noch mal angeguckt einen dicken schwanz verzagten der pixel da unten da haben sie viel weggepixelt haben den schwanz ausgeschaltet ganz ruhig den computer machen ich schalte die aus wie ist nicht weiter ich glaube ist denn das nur mit dem scheiß ich habe mich verlofen ist da nicht die möglichkeit die war mal so alle rauszuschalten ich versuche gerade irgendwie zu dir zu kommen weil zu ach ich habe hier den computer ich habe die nächsten rausgelassen hinten ich bin doch da das machst du denn nur ich habe ich habe hier aufgemacht ich versuche jetzt hier irgendwie einen weg raus zu finden aber ich habe mich verlaufen ich bin jetzt bei der fetten ich komme zu dir ich habe hinten noch aufgemacht da waren aber zum aufmachen so hier hinten und nur noch nicht so opo warte 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 gekommen was dem bisschen rankommen oder ist ja schon platt das ist ein blatt auch so über grotter den container ja liebe freunde bis einzelne mission können wir noch das einsatz gesagt machen wo es ist drei viertel nein jetzt haben wir noch bitte bitte bei mir steht ständig da ohne steckten spiel hat die taste so kannst du Ich bin der Jurgen von dem. Ich denke, ich kann mich selbst behandeln. Komm zu meinem Gym, und wir sehen uns. So. Hahaha. Das ist ein Wendekreis, oder? Lässt dich verdammt schwer fahren. So. Da kommen die nicht so... Die sind doch schon so nett und fahren weg, Onkel. Nett, sonst werden sie das machen und es rede losgeht. da kommt das patient wo vier die kreis die herumlofen ein bisschen intelligenter sind wenn sie sirene hören dass sie wirklich weg machen und machen sie doch ja aber nicht immer wenn sie sich hier stecken bei drei dann ist ja gleich aber massenpanik dann rennen sie ja und fahren sie ja wie die letzten idioten ja 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 Oh, das gibt doch Spunkte. Alter. Feuer explodieren sie in einer Tour, jetzt fliegen wir. Oh, nicht schlecht. Das nervt mich so ein bisschen, dieses Uli in Ase steckt ins Spiel ein. Ja, der guckert ja. Ja, das ist ein Schwurr war schon immer verpackt, aber trotzdem. Oh. Bannenoperationen, das ist eine Bannenoperation, die haben wir entdeckt. Coole Sache. Da steht es jetzt ständig da, dass ich ins Spiel einsteige oder ist es denn weg oder kommt wieder? Ja, das bleibt einfach da. Toll. Nein, du bist so gut. Das war's, wir sind ein Alarm. Ja, Alarm raus. Das müsste es langsam an der Stelle sein, wo ich dann nicht mehr war. Also, wo ich nicht mehr weitergespielt habe. Das war's schon? Nein, das war's schon. Nein, mit dem Nackdinger und das habe ich doch schon gespielt. Achso, okay. Achso, okay. Was ist das? Warum müssen wir manchmal auch so wie so ein Trottel da stehen? Ja. Du musst doch jetzt Puppenflug machen. Ja. 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 Oh, so... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 jetzt halt nicht zu sehen fahrer 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 und für verfacher fahrer 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 zum kagten kagabar Ach! Schon hier sehen. Ich habe die Ziele hier sehen. Ich bin nicht drin! Na da! meinen schon passende tankstellen auch wie soll ich denn hier auf irgendjemand treffen schaff mal locker so aber jetzt jetzt machen wir wirklich das da ist halt kein wochenende ja ich weiß muss ja morgen opelzeiten raus wird ja auch folgen sie mir weg zu mir oder kannst geld ab dem onkel ja das will ich mir auch noch schnell machen zum abschluss noch ein paar verbesserungen rein in die klopfe klüpfen schnelles nachladen oder brauche das stadtübernahme das gameplay das stadtübernahme wird für eine komplette nachbarschaft automatisch ausgeführt keine ahnung was sie wollen ach so dort übernimmst du ein komplettes stadtteil was ist denn da drin bei bonus oder wo als nächstes in der gegenseitigen freischalten rechts hätten sie wollen mit links wollten wir anfangen war doch oder weiter weg muss man ja keiner recht weil da haben wir schon 34 prozent dass man das dann gleich das nächste so muss man raus suchen dann kann ich würde sagen da haben wir nur 13 prozent ja rechts ist kleiner dann kommt nächstes mal eine kleine geige session ja machen wir erstmal flughafen und alle frei du hast du mit der stadtübernahme gefunden welcher war der bei bonus oder wo waren die stadtübernahme auch stadtübernahme ach so bei mir sind noch nicht frei weil ich noch nicht 28 bin ich bin ja erst mal 19 ich frag mich wie du es geschafft hast so schnell auf 28 zu kommen ich bin ich besser als ich bin ach bestimmt weil du hier weil du dings hast weil du ja immer fährst da kriegst du ja auch wenn du auf falschen spur fährst und so kriegst du auch punkte das geht mir aber zu zweit genau du fährst du bist schon dein handy klingeln onkel das ist gesagt nicht angehen und hatten wir dafür anwandlung oder mit der kaputze ob der hat imaginäre freunde weil kann ich nicht anspringen mensch ist das sinnlos sind die dings gekommen das sind grün und haben uns gleich angegriffen dadurch haben die kamen die bullen und haben uns auch angegriffen ich versuche es ja schon fern von halb zu halten von dir so kurz nicht mehr zu kaufen wo ist er denn auf doch kann teilt bekannter geht nur im domizil oder klamottenläden weg du sollst du fahren schulen gesprungen mann hat er macht um wenn du die flüchte auch hier zu kaufen so ich habe kein geld mehr so ob man 3.000 4.000 1.000 wird aus der werkstatt die kostet 1.000 na gut liebe freunde dann würde ich sagen sehen wir uns bei der uhr nächste session wieder das war jetzt eine kleine bisschen kurze zwischen weil spät ist und wir teamsitzung hatten und das war schön war die teamsitzung oder die session alles ok ich wünsche auf die nächste stadtübernahme gegenseitig macht mir mehr spaß als die mission ja mission müssen aber auch gemacht werden richtig na wenn jetzt wenn jetzt mit ins deck ist dann wird es noch richtig lustig da sind doch nur sachen für dich mit bei ja kommt halt wirklich so lang wenn ich jetzt überlege wo wir jetzt sind und was dann noch alles auf uns zukommt puha also war schon richtig dass der halbe stunden partie machst onkel ja bei mir kam mit beim bei den bei den fünfmal wo ich durchgezockt habe ehrlich gesagt nicht so lang vor ok also dann meine lieben freunde dann sehen wir uns nicht ich kann doch nicht weg von mir ich bin doch lieb zu dir lass uns doch zusammen verabschieden da bin ich jetzt kannst du dich richtig verabschieden mama ran weg ran weg die schießen wer will ist was du den schon wieder getan hast ich habe ein auto gesprengte achso hast du jetzt schon richtig verabschiedet hast du schon aufhört mit aufnahme oder ich bin ja auch hinter dir ich bin ja auch hinter dir so hier sind klamotten an da gehen die sterne weg und die kopf sowas kopf er ist er kauft nicht es ist ja einfach in sagt cool so klamotten lauen wir kennen ja nicht mal ecke cool muss ich aber auch mal gucken was die für klamotten haben hier ach let's play it kopf hüter cochlemaske und so da gibt es ja noch sachen die ich habe selbst ich noch nicht entdeckt oh der haifisch ne hundemaske na die haben wir ja oh von killbane die maske ist ja drin killbane maske ohne sache da gibt es ja sachen die ich ja noch nicht mal entdeckt hier mhm mhm Gibt mir auch eine Trophäe, wenn man die ganzen Laden gekauft hat? Ich glaube nicht. Oh, hier ist so eine Art Superheldenoutfit, ist ja auch hier drin. Geil, Kapuzen-Pullover, kapuze schön drüber, in düster gucken, ich muss mich demnächst auch noch mal umziehen irgendwie. Geil, Schutzliste, Alter Pirat, erhebe es echter Sachen, die habe ich noch nicht mal gesehen. Oder wieder vergessen. Kann man ihm ja einen BH anziehen. Ja, du kriegst aber eine Trophäe, wenn du eine eine Stunde nackt rum rennst. Bist du bald mal fertig? Ja. Komm raus, ich suche gerade einen Ausgang. Ach, hier hinten ist er. Ich bin draußen. Ach, da. Na dann. Warum hast du nicht umgekehrt? Warum sieht man so gut? Ich habe doch andere Farben genommen. Warum? Kriegst du schick? Ja, Lila. Ein bisschen augenkrebsmäßig, sieht aus wie erbrochen. Na, ist ja okay. So, können wir uns in Ruhe verabschieden. Aua. Ich werde nie davon. Beeil dich, ehe sie wieder kommen. Noch greifen sie uns nicht an. Okay. Nein. Also... Meine... Mei... Gab's dir, Isa. Dann schnell rennen in den Klamottenladen, Onkel. Du musst nur rennen. So weit du hier drinne bist, ist alles weg. Zack, alles weg. Können wir hier drinne bleiben und uns hier verabschieden. Genau. Halt, wenn wir schon mal dabei sind. Ich werde mich mal neben dich, dass es besser aussieht. Okay. Also dann, meine lieben Freunde. Dann... Sehen wir uns morgen wieder. Ja. Und... Dann rennen wir schön hier rum in diesen tollen Kostüm. reden wir legendellen und bis dahin erst mal Tschüss! Danke fürs Zuschauen! Tsch wife. Tschüss!